Was geht YouTube damit? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und ja, heute soll es um Hansa Rostock gehen, die jetzt in ihrem dritten Jahr in der zweiten Liga wieder sind, nachdem sie ja vor drei Jahren eben aufgestiegen sind, 2021, die jetzt allerdings sehr, sehr kurz vorm Abstieg stehen aus meiner Sicht, also nicht nur punktetechnisch, beziehungsweise was den Tabellenplatz angeht, sondern auch einfach was das Spielerische angeht, was die Form angeht, da passt nicht wirklich viel zusammen und ja, ich habe mir mal so angeschaut, woran das aus meiner Sicht ja ganz, ganz deutlich liegt und ja, vor allem, dass man jetzt im dritten Jahr, wo man ja eigentlich sich denken könnte, man hätte sich jetzt ein gewisses Gerüst aufgebaut, sportlich gesehen, warum das nicht so zu sein scheint und ja, ich würde sagen, los geht's. Ja, ich sage es immer wieder auf meinem Kanal, für mich ist ganz, ganz wichtig, einfach, wenn man sich anschaut, wie ja, sich Vereine sportlich entwickeln, einfach die Zusammenstellung des Kaders und da kommt es für mich jetzt nicht nur immer darauf an, wenn man jetzt einfach in FIFA-Werten denken würde, dass man sich möglichst viele hochkarätige Spieler zusammenkauft, sondern dass die eben auch fußballerisch zumindest einigermaßen zusammenpassen und ich finde, dass da bei Rostock jetzt in den letzten zwei Sommertransferperioden, die ich mir mit euch jetzt ja genauer anschauen möchte, dass da einige Fehler gemacht worden sind, die man auch immer wieder bei vielen Vereinen sieht, die dann auch wirklich einen, ja, eher Durchmarsch nach unten machen, dass die jetzt auch bei Hansa Rostock eben gemacht worden sind und da schauen wir uns einfach jetzt als erstes mal die Zugänge, ja, 2022 an, also aus dem vergangenen oder aus dem Sommer, ja, eben 2022, also vor anderthalb Jahren, da hat man, wenn man sich die Spiele anschaut, immer, ja, eine komische Mischung aus meiner Sicht aus teilweise spielerisch starken Spielern und dann vor allem Arbeitern bzw. physisch starken Spielern eher geholt, ja, die einfach so nicht wirklich viel, sage ich jetzt mal, miteinander zu tun haben. Man hat hier zum Beispiel mit Hinterseeren Stürmer, der jetzt eigentlich eher ein reiner Ablegerstürmer ist, der ja wirklich Bälle bekommt und versucht, diese abzustürmen. Jetzt nicht einer der absolut spielerisch stärksten Spieler der Liga ist, ja, Moritz Schröter, jemand, der eigentlich nur für die rechte Seite ein Kämpfer, ein Wühler ist, der ja vor allem außen kleben bleibt am liebsten und dann Flanken zum Beispiel reinschlägt oder dann in die Mitte zieht und auch mit links mal abschließt beispielsweise. Ähnliches im Prinzip könnte man über Kai Pröger sagen, auch für die rechte Seite gekommen. Dann hat man mit, ja, Sebastian Till jemanden geholt, der eher für das Spielerische eigentlich zuständig sein sollte, der bei Rostock nicht wirklich Fuß gefasst hat. Mit Fröder hatte man einen guten Sechser verpflichtet, der ihm auch eher für leichte, also für einfache, ja, Querpässe steht, der ein Spiel versucht zu ordnen, der jetzt auch kein, ja, spielerisch wirklich starker Spieler ist, sondern eher für das Defensive zuständig ist. Und mit Ressel zum Beispiel ein Spieler verpflichtet, der aus meiner Sicht vor allem physisch starker Spieler ist, der viele Meter macht, so ein Spieler Cip Goretzka praktisch auf der Acht. Mit Anna Nuh jetzt auch ein Spieler, der eher so Richtung Schröter tendiert, der jetzt auch auf der Rechtsverteidiger-Position eher jemand ist, der dann versucht, viel reinzuflanken. Auch jetzt kein spielerisch starker Spieler. Und so könnte man das im Prinzip ewig durchgehen. Auch mit Rick Van Drongelen jetzt kein wirklich, ja, spielstarken Innenverteidiger. Deswegen hat er zum Beispiel auch beim HSV unter Christian Titz damals keine große Rolle gespielt. Mit Lee hat man dann noch, ja, jemanden aus Korea geliehen, der dann eher für das Spielerische steht im Offensivbereich, der sich allerdings dann auch nicht wirklich durchsetzen konnte. Und ansonsten haben wir noch relativ viele, ja, Jugendspieler vor allem, die dann per Laie zurückgekehrt sind. Und im Prinzip sehen wir im nächsten Jahr darauf ähnliche Dinge bei Hansa Rostock. Da haben wir mit Ken Zombie einen Spieler, der jetzt auch nicht spielerisch der Allerstärkste ist, der seine Stärken im Dribbling hat. Man sieht mit Vasiadis dann wiederum einen Spieler, der ganz stark über das, ja, Spielerische kommt, der damals ja auch in Paderborn für Gladbach unter anderem ein heißer Kandidat war, der in vielen Statistiken sehr, sehr gut aussah. Auch Sabrit Singh ist ein Spieler, der natürlich vor allem über Spielerische kommt, mit dem man sehr gut kombinieren kann, der damals ja auch mit Bayern München zwei Meister geworden ist und da ein Unterschiedsspieler war. Yannick Bachmann ist dann wiederum eher ein Zerstörer eigentlich, der bei Sandhausen groteskerweise auch häufiger dann auf der Zehn gespielt hat und das gar nicht so verkehrt gemacht hat, weil er eine ziemlich gute Physis hat und dann auch einen ganz guten Distanzschuss, glaube ich, beziehungsweise ist dann auch viel in den Strafraum mit reingerückt und wurde dann aufgrund seiner Größe von, ich glaube, die 1,95 ist er groß, ja, wurde er dann immer wieder gefährlich. Dann hat man mit Oliver Hüsing einen Spieler, der ja überhaupt nicht gut ist im Aufbauspiel, der auch bei Arminia Bielefeld immer wieder den einen oder anderen Patzer hatte, wodurch Bielefeld dann wichtige Punkte verloren hat. Und ja, auch hier könnte man ewig so weitergehen. Mit Rossi Pallen, Linksverteid, der ganz solide ist, im Passspiel jetzt allerdings da auch nicht wirklich herausragt. Mit Perea ein Stürmer, der jetzt ja in dieser Saison ein wichtiger Faktor ist an sich, aber der ein reiner Wühler eigentlich ist, auch spielerisch nicht stark. Jonas David, der beim HSV auch immer, ja, durchaus negativ aufgefallen ist in diesem Walter-System spielerisch. Van der Werf ist jetzt auch kein besonders spielerisch starker Innenverteidiger. Ja, Stafelidis als linker Verteidiger, beziehungsweise Sechser jetzt auch eher jemand, der ja vor allem gut verteidigt. Und so haben wir dann einfach einen Kader, bei dem ich insgesamt anhand der letzten zwei Jahre nicht wirklich eine Handschrift erkenne, bei der ich nicht wirklich verstehe, was da wirklich, ja, die übergeordnete Idee ist, wie man dann ja wirklich verfahren wollte spielerisch. Und das sieht man im Prinzip auch, wenn wir uns mal den Spielplan von dieser Saison anschauen, mit was für verschiedenen Positionen da teilweise agiert wurde. Angefangen mit einem 3-4-3-flach, also dass man, ja, mit zwei Sechsern, beziehungsweise Achtern dann spielt und mit einem Dreiersturm vorne. Dann hat man relativ schnell auf einen Doppelsturm gewechselt und das dann auch sehr, sehr lange beibehalten, bis man dann kurz wieder auf den Dreiersturm gewechselt ist, beziehungsweise dann auf einen Einersturm. Dann hat man wieder einige Spiele im Doppelsturm gespielt, dann wieder Einersturm, dann hat man wieder auf Dreierkette umgestellt mit Doppelsturm, dann ja 4-4-2 und dann wieder auf dieses 3-4-1-2, beziehungsweise 3-5-2. Also man sieht, man hat da sehr, sehr viel hin und her gewechselt, was erstmal nicht extrem negativ sein muss. Allerdings, ja, ist es dann doch schon, wenn man sich dann auch die Ergebnisse mal ein wenig anschaut, scheint es dann doch auch immer sehr, sehr ergebnisbezogen gewesen zu sein. Ja, das hat jetzt gerade funktioniert, also behalten wir das noch bei. Wenn es dann nicht mehr funktioniert hat, dann, ja, wechselt man das ganz, ganz schnell. Wir sehen das auch beispielsweise hier an einzelnen Spielen, dass man zum Beispiel gegen Osnabrück zu Hause eben in einem 3-5-2 gespielt hat, mit einem Bachmann dann auf der 6 mit Dresse zusammen, also einen, ja, klaren Zerstörer und physisch starken Spieler, genauso mit Ingelsson davor, und dann einfach mit dem, ja, mit einem wuchtigen und vor allem auch einigermaßen schnellen Sturm versucht hat, ja, dann ins Umschaltspiel beispielsweise zu kommen, beziehungsweise auch mit Perea, einen ganz guten Abnehmer bei Flanken hat, auch wenn er nicht der allergrößte ist. Dann, wenn wir uns dann das nächste Spiel zum Beispiel anschauen, das war hier in Rostock ein 4-4-2 mit Raute. Das hat dann wieder relativ wenig mit dem zu tun, was wir da vorgesehen haben. Dann eben schon mit dem Winterzugang Brumado vorne und mit einem Simon Rhein, einem eher spielerischen auch Sechser. Genauso war sie Jadis daneben, Dressel und Ingelsson dann wieder als eher physisch starke Spieler, also eine ganz, ganz andere Formation und Herangehensweise als vorher. Und dann wiederum ein 4-2-3-1 beim Heimsieg zu Hause gegen Elbersberg, wo dann beispielsweise ein Van der Werf, der eigentlich eher ein Innenverteidiger ist, der dann auch für sechs gespielt hat, und Bachmann auf der zehn, der ja auch jetzt kein spielerisch wirklich starker Spieler ist, der dann eben, wie er sich schon angedeutet hatte, bei Sandhausen vorher, dann wohl auch dafür zuständig war, Kopfballduelle vorne zu gewinnen, beziehungsweise dann auch mit in den Strafraum zu rücken und dort torgefällig zu werden. Mit Sing dann ein Außenspieler über links, der ja eher dazu tendiert, viel in die Mitte zu ziehen, zumindest über die linke Seite dann auch. Und ja, das ist immer wieder sehr, sehr unterschiedlich gewesen, von Spiel zu Spiel. Und das, finde ich, hat man dann einfach auch immer wieder, ja, in den Spielen gesehen, dass man dadurch, dass man viele Spiele auch hat, in denen man einfach sehr auf das, oder nahezu alle, muss man ehrlicherweise sagen, sehr auf das Umschaltspiel gesetzt hat, dass dann eben vor allem diese spielerisch stärkeren Spieler, wie ihm zum Beispiel ein Sing oder auch ein Vasiliadis, dass die gar nicht so richtig in die Saison gefunden haben. Denn eigentlich von dem, was diese Spieler so mitbringen, ein Sing, ein Vasiliadis, was sie mal gezeigt haben, man muss dazu sagen, vor allem bei Vasiliadis ist das jetzt auch wieder ein Stück her, dass er damals interessant wurde für so Teams wie Gladbach. Ja, von denen hätte man eigentlich viel, viel mehr erwarten müssen. Allerdings ist es eben auch einfach so, dass man zum Beispiel mit Jens Hertel und dann jetzt auch mit, ja, Selim Begovic beispielsweise oder mit einem Alois Schwarz, dass man mit diesen Trainern, die man jetzt ja in den vergangenen anderthalb Jahren hatte, da hatte man einfach auch Trainer, die jetzt nicht wirklich, sage ich jetzt mal freundlich ausgedrückt, auf Fußball stehen, also auf Fußballspielen stehen, das versuchen zu praktizieren, sondern eben einfach alle dafür stehen, defensiv kompakt zu stehen und dann über viele lange Bälle irgendwie nach vorne zu kommen, zu hoffen, dass der Spürmer den festmachen kann oder dass man den Abpraller bekommt oder dass man eben anders irgendwie, ja, in den Konter einfach reinkommt. Und da verstehe ich teilweise nicht, wenn man schon diese Herangehensweise oder diese, ja, spielerische Identität haben möchte, warum man dann teilweise doch immer wieder so, ja, pflastermäßig, einfach solche Spieler verpflichtet hat, eben wie einen Sing, wie zum Beispiel auch einen Vasiliadis, die dann eigentlich in diese Strategie überhaupt nicht hineinpassen. Ich glaube, da hatte man dann irgendwie doch so, ja, die Hoffnung, dass diese einzelnen Spieler, die wir hier immer wieder sehen, dass die dann doch noch so dieses, ja, gewisse etwas spielerische, dann doch noch irgendwie reinbringen, also dass man gar nicht so sehr vielleicht durch die Trainer provoziert, sondern eher durch die Spieler selbst heraus, dass man sich dadurch mehr Chancen kreieren würde. Ich finde aber, dass das ein Ansatz ist, der einfach, ja, eigentlich nicht funktionieren kann, denn ich finde, das muss vor allem von oben kommen, also einerseits vom Sportdirektor Martin Pickenhahn, der das die Jahre über war, andererseits dann auch über den jeweils ausgewählten Trainer, dass man eben da eine klare Linie fährt, die hat man aus meiner Sicht eben nicht gefahren, von dem, was ich euch auch anhand der Kaderzusammenstellung gezeigt habe, auch mit dem Markus Kolke zum Beispiel im Tor, der sicherlich ein sehr, sehr guter Torwart auf der Linie ist, der aber eben auch spielerisch kein besonders guter Spieler ist, genauso wie ein, ja, Rosbach hier zum Beispiel in der Innenverteidigung, also da passt, wie ich finde, einfach, ja, diese Herangehensweise teilweise nicht zusammen. Ich finde auch, dass die Spieler, die man dort, ja, auf den jeweiligen Positionen hat, dass das einfach auch nicht zum, ja, besseren Regal in der zweiten Liga gehört, weder bei einem Rosbach, würde ich das sagen, noch bei dem Rossipal, den man aus der dritten Liga verpflichtet hat, noch bei dem Neidhardt, oder einem Schumacher, oder einem Bachmann, man könnte das im Prinzip immer so weitergehen, Ingolson Dressel würde ich da sogar ein bisschen rausnehmen, die finde ich schon, dass das Zweitligaspieler sind, aber es ist einem da einfach nicht gelungen, in den drei Jahren da wirklich mal einen Fortschritt zu machen, dass man auch aus dieser Underdog-Rolle, in den jeweiligen Spielen, in denen man, ja klar, weniger Ballbesitz hat, dass man da wirklich mal rauskommt, und so ist es einfach im Prinzip jetzt so, dass man die drei Jahre zweite Liga, wenn man jetzt nur das Sportliche betrachtet, und jetzt nicht das Wirtschaftliche, das kann ich jetzt all detail, bei Rostock nicht beurteilen, inwieweit das einen stark nach vorne gebracht hat, ich hoffe doch, dass das durchaus ein Stück so ist, denn sonst, ja, wäre das ziemlich traurig, bei den Mehreinnahmen, die man alleine durch die Fernsehgelder hat, ja, ist es einem einfach nicht gelungen, da den nächsten Schritt zu machen, und deswegen ist man eben auch einfach in sämtlichen Jahren immer ein klarer Abstiegskandidat geblieben, man hatte in der letzten Saison noch das Glück, dass Alois Schwarz, woher auch immer das kam, auf einmal vier Spiele in Folge gewonnen hat, obwohl man da auch keinen guten Fußball gespielt hat, da hatte man noch dieses Glück, dass man, ja, einfach dann diese Punkte gesammelt hat, die dann am Ende gereicht haben, das könnte natürlich jetzt theoretisch immer noch passieren, wenn man jetzt nochmal vier Spiele in Folge irgendwie gewinnen würde, würde es wahrscheinlich am Ende auch wieder reichen, dann hätte man 34 Punkte schon mal sicher, das würde dann wahrscheinlich mindestens insgesamt für die Relegation reichen, aber, ja, davon kann man nicht zwingend ausgehen, und wenn wir uns nochmal hier die Ergebnisse in der Saison anschauen, dann sehen wir auch, die letzten Monate sind da wirklich nicht allzu positiv nach diesem guten Start, nach neun Punkten aus vier Spielen, wovon man auch sehr, sehr lange gezerrt hat und im Prinzip auch immer noch zehrt, denn wenn man diesen guten Start nicht gehabt hätte, dann wäre man jetzt ziemlich abgeschlagen, aber, ja, ich gehe da sehr stark davon aus, dass Hansa Rostock leider in diesem Jahr absteigen wird, dass es für sie auch nicht mehr für einen Relegationsplatz reichen wird, könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da lassen, wie ihr so die Kaderzusammenstellung von Hansa Rostock so seht, ob ihr da, ja, irgendwelche Punkte noch habt, die ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen oder die ihr anders seht, das könnt ihr mir gerne, solange es, ja, respektvoll ist, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben, ansonsten, ja, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut und ciao. Ciao.